Ja, sehr geehrte Magdeburger, liebe Zuschauer, ich bin heute hier mit unserem Fraktionsvorsitzenden Frank Pasemann, der auch, wie Ihnen das sicherlich nicht entgangen sein wird, auch unser Oberbürgermeisterkandidat war für die letzte Oberbürgermeisterwahl, die ja nun ihr Ende gefunden hat und auch ein Ergebnis. Wir beide wollen heute nochmal kurz ein bisschen das aus unserer beziehungsweise deiner Perspektive auch nochmal beleuchten, wie das alles so abgelaufen ist und wie wir das beurteilen beziehungsweise einordnen und daher gleich die erste Frage, wie hast du denn den Wahlkampf an und für sich so wahrgenommen, das Verhältnis auch untereinander und vielleicht auch zur Presse, so in die Richtung? Ja, der Wahlkampf selber wurde fair geführt, das muss ich sagen. Wir hatten ja eine bunte Palette von Bewerbern für dieses Amt, wobei ich eigentlich sagen muss, dass zwei, drei Bewerbungen sicherlich nicht so ernst zu nehmen waren. Das war manchmal ein bisschen traurig, weil eben bei Foren, bei Wahlforen jeder der Kandidaten, das ist guter Brauch natürlich, die gleiche Redezeit bekommen hat, aber letztendlich war das dann für die Zuschauer auch nicht so ganz klar oder nicht so ganz schön und warum jetzt diese Herrschaften da noch mit befragt wurden, weil so richtige Positionen hatten sie auch nicht. Das war das eine, die Parteien untereinander, das sage ich auch gerne nochmal, haben sich da nicht wehgetan. Man hat faktisch einen gemeinsamen Wahlauftritt hingelegt. Die Themen, die dort angesprochen wurden, waren eigentlich bis auf unsere Themen, die sich sowieso etwas unterscheiden von dem, was die anderen Parteien machen. waren auch Themen, die ja freundlich waren. Es gab keine strittigen Themen. Bisschen Wohlfühl. Ja, es war so eine Wohlfühlatmosphäre. Ja, das stimmt. Also das hätte man bestimmt etwas kämpferischer machen können. Ja, wir hatten ja nun das Ergebnis, ist ja klar, Frau Borris ist es geworden, unsere Bürgermeisterin jetzt noch und dann bald auch direkt, ja, fertige Oberbürgermeisterin ist sie ja dann. Frau Borris war ja nun tatsächlich überall präsent, also man ist ja über Monate nicht an ihr vorbeigekommen, ob man das nun wollte oder nicht. War das schon ein Stück weit ein anderer Wahlkampf vielleicht, als wir das sonst so, auch gerade im Kommunalwahlkampf ja gewohnt sind. Da macht man vielleicht ein paar Plakate, ein paar Verleiher und dann ist gut. Aber das war ja schon eine Nummer, ja? Ja, also Frau Borris hat hier zwei Punkte auf ihrer Seite gehabt. Art 1 hatte sie einen gewissen Amtsbonus dadurch, dass der Herr Oberbürgermeister sie kurz vorher noch zur Bürgermeisterin, also zu seiner Stellvertreterin gemacht hat. Einen gewissen Amtsbonus, den sie mitbrachte, das ist unbestreitbar so. Das hat aber jeder, der in einem Amt ist und nochmal für das Amt kandidiert, das wird getragen haben. Das Zweite war natürlich, dass Frau Borris erstmals in der Geschichte der Magdeburger Kommunalwahl einen amerikanischen Wahlkampf hingelegt hat. Also ich hatte am Wahlkampfstand einen Bürger, der fragte mich oder sagte mir, es gibt eine neue Maßeinheit. Das ist ein Borris. Das ist der Abstand zwischen einem Wahlplakat von Frau Borris zu anderen. Also sie war omnipräsent. Das wird jeder, der durch Magdeburg gefahren sein, ja gesehen haben. Ich will da jetzt gar nicht die Frage nach der Finanzierung stellen. Die Frage des Budgets, was dort im Hintergrund stand, muss jemand anders beantworten oder diese Frage muss jemand anders stellen. Zum Beispiel Herr Rösler, ich werde mich da nicht einmischen, aber das muss gigantisch gewesen sein. Und ich glaube, dass Frau Borris da auch einen gewissen Malus auf den Amtsantritt legt, weil natürlich die Frage zu stellen ist, wie finanziert man einen solchen Wahlkampf als Einzelperson? Und dass die FDP als unterstützende Partei da wirklich alles bezahlt haben soll, kann ich mir nicht vorstellen. Schwierig, ja. Vielleicht noch eine Sache, die mir noch wichtig ist. Sie hat natürlich trotz allem gewonnen mit einer Stimmzahl oder mit einer Prozentzahl, die erstaunlich ist. Vor allem als Einzelbewerberin. Genau, als Einzelbewerberin. Und ich denke mal, dass wir hier auch zwei weitere Probleme sehen. Hat eins natürlich die Tatsache, dass die Wähler scheinbar sich ganz bewusst gegen Parteien entschieden haben. Also mein Ergebnis mit 5 Prozent oder 5,1 ist deutlich unter dem geblieben, was wir uns erwartet haben. Denn wir hatten ja mit 10, 12 Prozent durchaus gerechnet. Und auch deutlich unter dem, was wir auch bei der letzten Kommunalwahl, bei der letzten Landtagswahl und bei der letzten Bundestagswahl in Magdeburg hatten. Genau. Aber wenn man es wieder in Gesamtschau sieht, dann muss man feststellen, dass alle Parteien genau die Stimmzahl oder die Prozentzahl verloren haben, die Frau Boris eingesammelt hat. Also hier sind die Leute zur Wahl gegangen und haben gesagt, wir können dieses Parteiengeklüngel aus welchem Grund auch immer, aus welchem politischen Anlass auch immer, nicht mehr ertragen. Und deshalb wählen wir jetzt die Alternative. Und das ist eine parteilose, scheinbar unabhängig, was sie nicht ist, aber egal. Wir hatten das vor kurzem schon mal in Halle. Da ist das auch gelungen, einem parteilosen Bewerber. Wenn das ein Trend ist, dann sollten sich die Parteien wirklich Sorgen machen. Ja, hinsichtlich der Festigkeit, naja, Festigkeit vielleicht nicht, aber hinsichtlich ja doch schon der Parteiendemokratie. Denn das ist eigentlich unsere Demokratie und eine Parteiendemokratie, in dem die Parteien irgendwie nicht mehr gewählt werden, ist schon komisch. Völlig richtig. Also ich sehe da eine echte Gefahr. Wir haben nur ein begrenztes Spektrum von Parteien. Und da stelle ich gar nicht mal darauf ab, dass wir als AfD ja immer als undemokratisch hingestellt werden, obwohl das machen die ja so gar nicht. Die sagen ja, wir als demokratische Parteien und implizieren damit, dass wir es wohl nicht wären. Also das kann man jetzt noch eine Weile so weitermachen. Aber ich denke, dass hier auch, und das habe ich auch während des Wahlkampfes immer wieder gesagt, dass hier auch wirklich ein Umdenken bei den anderen Parteien einsetzen muss, weil Demokratie besteht nun mal aus ganz vielen Parteien und aus ganz vielen Spektren. Und wenn man ein Spektrum von vornherein als, ja, als, wie soll ich sagen, als Schmuddelkind betrachten will und das auch immer so sagt, dann schadet das der Demokratie. Und das andere ist natürlich, wenn nur 32 Prozent Wahlbeteiligung bei der Stichwahl und 40 Prozent beim ersten Wahlgang stattfinden, dann ist es einfach so, dass man die Frage stellen muss, erreichen die Politiker, egal welcher Partei, eigentlich noch die Wähler? Und das ist die Frage, die wir hier eigentlich auch gemeinsam diskutieren müssen. Aber da verweigert man sich ja auf ganzer Linie. Ja, nach wie vor, wir werden mal sehen, wie lange das noch so weitergeht, bis sozusagen der Schmerz so groß ist, dass die anderen Jungs und Mädels das auch einsehen. Ja, genau, genau. Mal gucken. Genau, genau. Ja, das Ergebnis steht fest, knappe 65 Prozent für Frau Boris und du hast ja, glaube ich, am Wahlabend, also der ersten Wahl, nicht der Stichwahl, aber da habt ihr euch ja schon kurz gesprochen und hast dir ja auch schon gratuliert. Ja, ja. Die Zusammenarbeit, denke ich. Ja, das muss man abwarten. Aber dazu noch zu sagen, was mich natürlich ärgert. Wir machen hier seit fast drei Jahren eine solide Arbeit innerhalb des Stadtrates. Wir arbeiten hier in unserer Freizeit. Wir sind alles keine Berufspolitiker, sondern wir sind Laien. Und das ist natürlich dann besonders übel, wenn das Regionalblatt einen großen Artikel verfasst, wer wann Frau Boris gratuliert hat und wir werden nicht mal gefragt. Wir erscheinen dort also nicht. Diese Art Berichterstattung wirklich, das geht so nicht mehr lange. Das muss man einfach sagen. Man kann da gerne unter sich bleiben. Da muss man aber sagen, wir sind die Zeitung für bestimmte Parteien und wir sind nicht die Partei für alle Bürger. Das vielleicht in die Richtung unserer beliebten Lokalreporterin, die ja immer so fleißig bei unseren Stadtratssitzungen ist. Zusammenarbeit mit Frau Boris. Ich denke mal für uns als AfD als einzige Oppositionspartei im Stadtrat. Das muss man einfach so sagen, denn es wird ja eigentlich inzwischen alles in schöner Blockparteien-Mentalität durchgestimmt. Und auch interfraktionell ja Anträge geschrieben, wo immer wir sozusagen außen vor sind. Das ist schon alles sehr piepsig und sehr witzig. Aber um das klar zu sagen, die Zusammenarbeit mit Frau Boris wird sich nicht unterscheiden zur Zusammenarbeit mit einem anderen Oberbürgermeister, der jetzt vielleicht gewählt werden würde. Dieser Stadtrat, und das sage ich nochmal ganz klar, ist inzwischen so stark nach links verrutscht. Da wirkt auch die CDU nicht mehr als korrektiv. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob wir da übereinstimmen, aber ich glaube, ob da Frau Boris oder Herr Rösler sitzen, letztendlich wird diese Entwicklung auch durch Frau Boris nicht eingeschränkt werden oder verändert werden. Ja, denn letzten Endes ist es ja auch so, die Mehrheit im Stadtrat, die ist, wie sie ist. Richtig. Und auch der vorherige oder jetzt noch Oberbürgermeister Trümper wurde ja davon mehrfach überrollt. Und ja, wir werden sehen, wie das bei Frau Boris dann verläuft. Ja, ich hege eine ganz leichte Hoffnung, dass sich da vielleicht was tut, aber wir werden sehen, was passiert. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht noch ein paar abschließende Worte? Ja, also zu deinem Optimismus vielleicht auch. Du kennst den Unterschied zwischen Optimist und Pessimist? Ja. Der Pessimist sagt, schlimmer kann es jetzt nicht mehr werden. Und der Optimist sagt, doch, doch. Ja, man weiß es eben immer erst am Ende, ja. Also ich hoffe, dass es sich in deinem Sinne entwickelt, aber ich bin da eher pessimistisch. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer und Zuschauer, das war nochmal eine kleine Rundschau, ein Rückblick über den Wahlkampf und sein Ergebnis. Wir hoffen, dass Sie uns treu bleiben. Teilen Sie den Beitrag, geben Sie einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Teilen Sie den Beitrag, geben Sie den Beitrag. Teilen Sie den Beitrag, geben Sie den Beitrag. Teilen Sie den Beitrag.